Ja hallo, Freunde ich habe jetzt eben das 99 Damage Spiel geschnitten bzw. die erste Map, Cobblestone, das werdet ihr jetzt gleich sehen, ich habe das so geschnitten, dass ihr die Calls hört, auf der T-Seite zumindest, und eigentlich Runde für Runde, also dass immer die Highlights aus der Runde rausgenommen werden und ins Video gepackt und auf T-Seite eben die Calls noch durchkommen, damit ihr genau wisst was vorgeht und was teamstrategisch dahinter steckt. Also, ich kann nur sagen wir haben viel gefakt und ich wünsche euch viel Spaß beim Video, wenn du willst kannst du hier Smog kaufen, aber, kauft einfach alles, kannst du auch auf Kevlar Gang, genau, und Team Damage ist an, Freunde, let's get this done, ja ja, let's go boys, hab ich gesagt, zwei Auffang, nein, keine Connector-Bänder, nein, weh, hallo, wir waren nix, Okay, nicht offensiv, einfach nur das, nein, 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 schön, und, schön, 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 ich komm, Tiddy, Tiddy, geh mal chicken, ja, wollte ich grad machen. Soll ich mal A rüberkommen? Nein, nein, bleib so, bleib so. Ich weiß, dass das der Lurker war, also. Der Dropper. A Flash. Nates B. Der B Flash, man, ja. Dropper. Ich hab Dropper, ich hab Dropper. Abgesogen. Ich hab Dropper. Zwei Dropper. Einer noch durch, einer durch. Einer noch Dropper drin. Letzter Dropper drin. Könnte Connector sein. Bleib death, bleib death, komm zu mir, ich hab die Bombe. Ich steh, Connector drin. Komm zu mir, komm zu mir. Der war hinten, genau. Yo, ich hab den Flash. Ich hab den Zeck, nein. Das ist wahrscheinlich. Ja, ich hab den Zeck, nein. Deploying. Nein. Was, doch, John? Lagen einer. Dropper war auch, oder? Nicht peeken, komm. Chill, dich. Jawoll. Hey, Onside. Ich bleib einfach mal B. Nein. Ich bin A-Side. Lepper B, genau. Schön. Letzter mit Bombe. Ich könnte Dropper sein, so ein Erd. Erdsetzen. Ja, Bombe ist hier nicht. Boah, ich hab die Bombe, das ist los. Oh, ich hab die Bombe, das ist los. Stimbo. Einer ist da. Ecke. Dropper, Steps. Dropper, Steps. Deren Smock hat gefailt. Äh. Noch einer. Schön, Joe. Schön, Joe. Einer, Tester, Bluff. Wuh. Und meine Arme ist noch gar nichts, Jess. Nein, in die Schrauben, Alter. Ah. Hahaha. Was machst du da? Ja, ich wollte die abholen. Ich brauch ein Dropper, der Hami. Alles gut, das ist. Nein, 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 Damage. Glaube ich, ja. In den unteren liegen. Dropper zwei down. Noch einer lang. Lass, lass. Beide lang. Beide, beide. Ja, einer hat Hit. Eine müssen los sein. Was haben die für Waffen schön? Nicht legen lassen, Wesker. Belegt, belegt, belegt. Schön, ist okay, ist okay. Scheiße, der hat Rollsauflang. Da ist die Hölle los auf Land. Einer raus, einer raus. Fass, ist schlimm. Die sind drauf, die sind drauf. Einer raus, hier, einer rein, hier. Checken noch, glaube ich. Tänk, Tänk. Tänk, checken. Amen, Steve. Topper Flash. Wer landet? Ich bin full Flash. Hast du unten mit der Mitte? Topper Blin. Topper Blin, glaube ich. Ne, ich habe mit der Mitte unten nicht gesmacht. Topper Blin, Topper Blin, Blin, Blin. Mindestens zwei. Teenie, Weenie, String Bikini. Einer dingt. Mitte unten Flass. Ah, wir sind weg. Wie? Ja, das war ein Monus. Bombeweg. Mitdenken, Freunde. Ihr habt ganz viele Nades gehabt. Ihr könnt gegenflashen, ihr könnt die auffalten. Wow. Oh, okay. Connecter dran. Noch ein Ace, oder? Ja. Einer B lang. Ist das ein Fake, ist das ein Fake, ist das ein Fake. Nein, 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 viele Steps, viele Steps. Steve, komm, Steve, ja, ja, ich weiß. Schön. Steve, komm, Steve, komm. Schön, Hami. Die Leute waren halt alle low von mir. Die alle piken, boah. Chillt mal, nicht piken. Hey, wir haben Zeit. Arbo, 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 Arbo. Arbo, Arbo. Arbo, Arbo. Er hat 30 Sekunden, hat keine Zeit. Bleibt einfach fläten, sie. Bin hinein. Wuster durchzunehmen, ich bin nur hier. Es ist hier, Arbo. Und nicht noch Zeit für rüber? Nee, nee, jetzt geht's. Der ist im Schluss, der Zug noch, er kommt jetzt. Er geht zurück. 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 Wo hast du deine Arbo? Meine Arbo ist links. Lang, lang. Arbo, zu dir. Geht unter Seeber-Russia-W�. Schööööön. Danke, Bede. Schööön. Soll ich blockieren? Komm, was du erst, nein, kommt zu mir. Komm, die alle. Komm, die. Komm, die. Blind. Es ist erschrecklich blind gewesen. Ist ein B, ist ein B. Schön. Ist ein B. Schön. Alter, ist ein B. Arbo, ist tonig. Nicht so viel Spray, aber wir müssen die abnehmen, das ist noch ne Eco-Spiel, nice, nice und zurück Team Kill und zurück, nein nein Hami bleib da, bleib da, bleib da, bleib da, ich auch, ich rück da, Wer ist das, Steve? Ne, Titi hatte überlebt, einer war noch hinten long, da kam ne Flash, von Arz Ich hab nen Kit, wir warten Fliegt? Einer ist lang Der faked, leif Einer ist der, einer ist halt Ja, ich bin nur, ey, 2k Doch 2 Stück Schaut auf eure Nades Spot Hinter uns, Manderlöck Hoch, 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 ja Unlässt Eco Ja, ähm, also auch rüber Er hat nen Ding aber, glaube Tropper 2 Tropper oben Noch einer Lang Boy lang Lass auf Exits gehen und dann Oh fuck E ist frei soweit Ich hab ne AK, ich versuchte zu salven Außer du bekommst ja noch ein paar Klicks Einer ist der Wind Ok Ähm, ich kann einmal ne A belegen Äh, du brauch ich gar nicht mehr Bau und Pause Äh, pack dich Ähm, kurz Was, was machen die immer? Die, die Flash, die, ich glaub die machen immer Standardaufstellung Ja, nur 2 Lurker, genau Die machen immer Standardaufstellung und gucken, dass sie da irgendwo nen Pick kriegen Wo sie nen Pick kriegen, dann gehen sie immer drauf Das heißt, wenn sie das nächste Mal wieder ein Pick bekommen, dann können wir gleich rüber rotieren Dann versuchen wir, äh, die Rotation gleich rein zu forcen und äh, lassen den einen dann auf dem anderen Spot quasi drauf verstanden Also wenn die A, nen Pick bekommen, rotieren 2 Stück von B rüber Ist Schropper drin, einer lang Konnektor kommt, Konnektor kommt, Konnektor kommt Ich hab das, ich hab das Ich hab das Ich hab doch Einer ist hin Ich hab doch gar nicht daraus geguckt Einer war noch onside Bomb has been planted Ja, ich kauf nur Smoke, wir gehen wie lang Und ich hab da ne geiles Smoke, bisschen verzögert, bitte Ok Ach so, du hast schon heute genug Also warten wir auf Pushes, ja? Nein, nein Wir machen Kontakt quasi Also ich mach die Smoke, wenn die Smoke raus ist Für wen ist die Tag? Ja, für einen von euch, mit Heck Ja, für einen von euch, mit Heck Ja, für einen von euch, mit Heck Ja, ich hab keine Dicker Wir rutschen jetzt aber nicht, ja? Nein, nein Nein, nein Stellt euch mal alle lang auf, bitte Auch grün So Und versucht close zu gehen Ich smoke jetzt Und jetzt raus mit Gas Und wenn letzter Gleich Grafen geht Dein Die 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 Oder Immer Vers29 Schach 1 Was neighborhoods Nein sell Was machen wir jetzt? Reckenloor, alle warten VW. Wir pushen 100% Einer aimt A ab Ich mach A lang Äh B lang, Entschuldigung Kann man nur ab- ab-aim bitte Dropper viele Stets Geht ja noch was noch Einer Dropper rotiert Hint down Stein Kann man da liegen? Zwei, zwei Stein Ein Dropper war noch Hier, hast du Smog? Kannst du das Smog legen? Hab da nen Rücken Reine heis noch Und Nice Wo ist der AK, wo ist der AK? Er hat zu, doch Er überlebt die Null Hab ich geacet? Ja Lass uns doch mal das gleiche machen, bitte ab-aim Einer sinkt vom Box Einer von denen ist schlubb Beide da Okay, wir gehen B Ich versuche den Rockenflust 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 Ja Hey Ich versuche den Rockenflust Ich versuche den Rockenflust Ich versuche den Rockenflust Guck mal ob da einer rauskommt Nimm die Bombe mit Ja, mach Keiner Keiner Bedeut Pedeut Versuche den Rockenflust Bedeut 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 einfach nur Mitte ab, bitte. Zeig dich nicht. Hami lang, B. Wir gehen wieder vor B. Noch einer! Nee, das war ich. Da ist einer Dropper drin. Wir gehen nach, wir gehen nach. Schnell, 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 schnell. Mit Cambo, mit Tempo, mit Tempo. Göni, versuch über Dropper noch einen Zufall zu kriegen. Rotieren einer, woher drin ist. Versuch von hinten zu kommen, Göni. Warte, ich flash mal. Ja, Dropperdor. Ich hab Tür. Okay, ich weg für lang. Okay, für die nächste Runde. TD, du empfst B lang ab. Ja. A lang, A lang. B, B, B lang. Was, was, was? Wie lange habe ich? Ich. Mit, mit für Portflash und so. Hami und Göni, ihr stellt euch Drop auf. Ich flash euch rein und nehmt Drop ein, okay? Und wir gehen dann über B. Ja, okay. Göni macht Stress auf A, wir gehen B. Göni, du rennst drüber A. Göni? A. Ah. Ach so. Oh no, wei. Warte, wir rennen dann jetzt hin. Warte, bis die wir nicht biegen. Du flasht uns jetzt. Blind. Ja, was denn? Wir gehen jetzt, Drop mal rein. Pico, flasht uns. Okay. Wir rotieren, wir rotieren. Wir gehen, wir lang, wir lang, wir lang, wir lang. Los, 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 mit Tempo, mit Tempo. Ich flash nochmal rüber. Macht schnell, ich mach schnell. Ach Stein. Nein. Wir haben noch eine Aare. Alle, alle richtig gut gespielt. Joe ist grad so ein Gott. Gibt's mir? Ich kann legen. Ich kann auch einmal legen. Dann werde ich auch mal A versuchen. Wir aimen wieder ab. Die haben jetzt wahrscheinlich wieder die Grundlos. Boah. Einer chicken. Einer chicken. Der muss tot, der muss tot. Und? Oh, der schloss. Oh, der schloss. Oh, der schloss. Versuch den Spot einzunehmen. Oh, der schloss. Oh, der schloss. Okay, wir machen. Wir faken, wir faken wieder. Wir stellen uns alle vor B auf. Also ich würd gerne mit faken, weil ich Galilab. Was wir stellen uns vor A auf? Wir stellen uns vor B auf. Und Gyni und ich, Achtung, da ist einer close Mitte. Gyni und ich, wir faken. Gyni, wir müssen leider... Hast du ne Flash? Ja. Da ist noch einer. Der hat Update geflasht, der steht vor Dropper. Einer ist 20k. Bei 4eck. Ja. Awe. Hat Hit. Einer ist vor A. A sauber. Ne, noch einer ist vor A. Letzter müsste B irgendwo Dropper sein, vielleicht. Komm Gyni, wir gehen rüber. Oder Connector. Connector, Connector, weglegen. Gyni. Lege. Ich hab dich von links. Stein. Stein durch. Wuh. Geht schnell B raus. Schnell. Ohne Smoke. Ich flash nur 2 mal rüber. Wir haben erscheinlich Pistols. Immer der, der Low HP hat. Der rennt raus wie so ein Fall Oxen und Baiter für seine May zu kaufen. Ehh, Steven Hammy, ihr macht RB Stress. Wir gehen A und B. Spot. Spot down. Ich bin gleich noch in der Corner. Glaub ich. Ich bin gleich noch in der Corner. Ich bin gleich noch in der Corner. Connector. Connector, ab. Nein, Corner left. On side, on side. On side. A, Be. Volt clear. A, Be down. Das ist los, dass ich einen AP verraten würde. Lass mir mal die zu sagen. Ich finde, wir hast die Pick auf B. Wir stehen aber A lang. Flatbank. Einer ist da, vielleicht auch links in der Corner, boar ich dich Moly. Schnell B bitte, nicht schnell, aimt das ab, ich geh schnell A meintlich. Ich geh schnell Dürr, du kannst mir helfen mit Balkon, Balkon, Balkon. Was? Schmoller Balkon. Stone, low, ich stimme low. A rüber, kommt A rüber, kommt A rüber, kommt A rüber. Da ist einer, da ist einer raus, Setscher raus. Ach, Setscher, er ist durch, er ist holz. Ja man, leck mich ab, so, deren Mapkick schon geholt, gut.